Sandra wird eine Überraschung erleben. Oh ja. Da kommen die Gäste. Hey. Alles Gute. Wie gemein. Die Überraschung ist gelungen. Das ist ein dämlicher Joke. Dieses Essen hat in meiner Wohnung nichts zu suchen. Was? Müssen wir jetzt Karotten essen? Ich liebe dieses Spiel. Es ist so langweilig. Was ist das für ein Licht? Ey, komm her. Schnell. Warte. Sandra, deine Karotte. Komme. Was ist das? Das werden wir gleich rausfinden. Ich bin gespannt. Elliot, Colin, wo wollt ihr denn hin? Stopp. Ein geheimer Wasserpark. Da ist doch ein Pool. Schwimm nicht zu weit weg. Ich rette dich. Eine Ballgrube. Das ist ja abgefahren. Ein Liegestuhl. Autsch. Nicht mal wieder. Hey, Sandra. Hey. Wie sieht's denn hier aus? Ein Mob? Wozu brauche ich einen Eimer? Mach das alles sauber. Sofort. Sofort. Na los. Na schön. Bälle, bewegt euch. In der Zwischenzeit esse ich ein paar Süßigkeiten. Niemand hat die Ballgrube sauber gemacht. Okay. Der Liegestuhl kommt dahin, wo er hingehört. Ich werde die Pflanze in den Blumentopf stellen. Perfekt. Jetzt kann ich etwas naschen. Ich muss alles selbst machen. Die Kissen sind perfekt geordnet. Und ich bring noch die Pflanze weg. So, erledigt. Was ist das? Schokolade? Wer war das? Ich nicht. Ich ganz bestimmt nicht. Keine Süßigkeiten mehr. Warum? Hi. Für wen sind die ganzen Luftballons? Für Elliot. Wir sind dein Geburtstagsgeschenk. Er hat Geburtstag? Hey. Lass mich erst nachsehen. Was versteckst du in den Luftballons? Nichts. Komm rein. Ich habe Zuckerwatte für uns versteckt. Das war easy. Ist das ein Zylinder? Warum trägst du hier drin einen Hut? Das ist ein Zauberhut. Abracadabra. Ein Häschen. Wie süß. Ich bin noch nicht fertig. Tada. Danke. Gibt es sonst noch was? Das war's. Na gut. Komm rein. Und ich mache ein paar Selfies. Abracadabra. Darf ich mal? Wow. Süßigkeiten. Wie schwer. Aber ich habe es geschafft. Colin. Bist du bereit? Halt die Skittles. Ich bin soweit. Wirf die Süßigkeiten. Mehr. Getroffen. Was ist das? Eine Tomate? Ja. Willst du auch eine? Nee. Ist. Colin. Bereit? Achtung. Cool. Ich komme. Ich rutsche runter. Ja. Es hat funktioniert. Ich werde es ausnutzen, während Sandra abgelenkt ist. Ich habe es ausnutzen, Lecker. Was hast du vor? Ich musste nur ein Schwimmring auf. Zeig mal her. Warum riecht es so nach Cola? Du hast Cola da reingegossen? Nein, habe ich nicht. Eben war sie doch noch im Glas. Okay. Ich gieße sie noch mal rein. Hast du es jetzt gesehen? Was? Unglaublich. Colin? Ich bin gar nicht hier. Colin? Ich gehe in den Pool, wenn es dir nichts ausmacht. Doch. Warum? Zeig mir dein Handtuch. Es ist nur ein einfaches Strandhandtuch. Nichts Besonderes. Okay. Komm rein. Ich kann mich entspannen. Was könnte besser sein? Ey, jetzt. Deine Brille sieht verdächtig aus. Ich will mich doch nur sonnen. Kaugummi. Ich wusste es. Wo kommt der denn her? Was versteckst du da? Nichts? Komisch. Marshmallows. Ich kann nichts sehen. Colin, warte. Ich helfe dir. Kumpel, was ist los? Reingelegt. Bist du drauf reingefallen? Ey, jetzt hat irgendetwas vor. Mit Schwimmflossen zu laufen ist echt hart. Aber es ist zu spät, um ein Rückzieher zu machen. Wozu brauchst du denn Schwimmflossen? Schwimmflossen? Ich will einfach nur schwimmen. Darf ich sie mir mal ansehen? Äh, klar. Gib her. Das ist nur eine Schwimmflosse. Süßigkeiten. Ich wusste es. Du dachtest, du kannst mich reinlegen. Hä? Kann ich rein? Nein. Gib mir den anderen. Okay, hier. Noch mehr Süßigkeiten. Jetzt kannst du reinkommen. Ich will mich nicht mehr sonnen. Ich gehe in den Pool. Was hat der vor? Oh nein. Ich tauche ein. Stopp. Tauchen ist nicht erlaubt. Wieso? Was hast du da im Schnorchel? Der ist voller Süßigkeiten. Ey, jetzt. Ich liebe Pools. Sieh mal, was ich hab. Wofür stecken wir es vor Sandra? Wir verkleinen das Glas. Coole Idee. Hm. Was habt ihr vor? Nichts. Ich hab nur meine Sonnencreme rausgeholt. Okay. Zeig mir, wie du sie aufträgst. Na los, mach schon. Äh, wenn du unbedingt willst. Äh, Schoko-Aufstrich. Denk nicht mal dran. Lass uns den Wasserpack noch süßer gestalten. Was, so viel Zeug. Oh, ein altes Foto. Das ist Sandra in einem Süßigkeiten-Wasserpack. Ich erinnere mich an diesen Tag. Ich war besessen von Snacks. Ein Schoko-Riegel mit Nüssen. Hm. Mein Sam. Vergess dieses Bild. Ich will kein Süßkram mehr sehen. Okay. Was macht der da? Ich höre mein Lieblingslied. Das sieht verdächtig aus. Colin, wo ist dein Kopfhörer eingesteckt? Zeig mal her. Ein Marshmallow. Wusste ich's doch. Der Plan ist nach hinten losgegangen. Mach dir nichts draus. Ich hab mich darum gekümmert. Nee, danke. Ich bin am Verhungern. Ich auch. Hey, da ist Essen. Oh nein. Sieht lecker aus. Willst du es probieren? Alles. Nur kein Salat. Ich hab so einen Hunger. Ich könnte sogar Obst essen. Ich werd's auch versuchen. Wow. Wer hätte gedacht, dass Weintram so gut schmecken. Das war lecker. Du hast recht. Hä? Es gibt kein Essen mehr. Ich bin am Verhungern. Muss ich wirklich Süßigkeiten essen? Mal sehen. Ah. Diese hier sieht lecker aus. Mh. Schau dir Sandra an. Lecker. Erwischt. Ups. Die Geburtstagsparty war der Wahnsinn. Oh ja. Sieht so aus, als ob man beides haben kann. Gesundes Essen und Süßigkeiten. Du hast recht. Es ist so lecker. Hi. Das ist mein Drachen. Wir gehen überall zusammen hin. Er ist wirklich schön. Geh durch. Und er hält auch eine Menge aus. Weil ich eine ganze Packung Chips versteckt hab. Das ist eine besondere Mission. Rambo muss in diesen Wasserpack reinkommen. Snickers Munition. Mut und Entschlossenheit. Und eine explosive Pepsi. Der Wind kommt aus Nordwest. Ich versteck mich in der Sicherheitszentrale. Ich muss nur den Ring abziehen. Wie wär's mit einer Cola-Granate? Autsch. Niemand kann den süßen Rambo aufhalten. Mädels, bewegt euch. Ein Held kommt vorbei. Ich hab eine tolle Idee, wie wir unsere Zuckerwatte reinschmuggeln können. Lass uns unseren Körper schmücken. Zuckerwatte ist perfekt, um die Brust zu vergrößern. Hey Jenna, vergiss nicht die andere Seite. Oh, stimmt. Die Zuckerwatte ist sicher versteckt. Lass uns auf den Security zugehen. Wow, schöner Körper. Danke. Jetzt kann ich meine Brust verkleinern und etwas Zuckerwatte essen. Willkommen in unserem Wasserpark. Geh durch. Wer ist das? Bist du ein Pirat? Ahoy, Kumpel. Ich hab mein Schiff im Südpol geparkt. Und das ist mein Schatz. Nur Gold und nichts Essbares. Echte Schätze. Geh durch, Kapitän. Ha, wer sagt's denn? Der Security hat nicht bemerkt, dass meine Goldmünzen aus Schokolade bestehen. Ich kann nicht mit Cola reinkommen. Dann brauche ich einen neuen Job. Arnold wollte schon immer Taucher werden. Hi, hier ist mein Ticket und meine Ausrüstung. Ich will in den tiefsten Pool. Tauchen ist meine Leidenschaft. Wow, jetzt kann ich mich entspannen. Denn meine Ausrüstung ist eine riesige Dose Cola. Der Security nimmt am Eingang Süßigkeiten weg. Aber meine Skittles bekommt er nicht. Ich werde sie an einem geheimen Ort verstecken. Niemand wird mein Bikini durchsuchen. Fertig. Hier ist mein Ticket. Ich habe keine Süßigkeiten. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich mich in der Sonne entspannen. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass ich Skittles im Bikini versteckt habe. Alice ist eingeschlafen. Und jetzt ist sie mit Skittles Körper kunstbedeckt. Ein Mädchen mit einem Handtuch? Das scheint nicht verdächtig zu sein. Ja, du kannst durch. Alice hat nicht nur Essen in den Wasserpack eingeschleust. Sie hat beschlossen, ein verbotenes Geschäft zu eröffnen. Wollt ihr einen Snack? Wow. Die Preise sind aber hoch. Dieses Essen muss aus Gold gemacht sein. Dann werde ich mir reiche Kunden suchen. Hier sind unsere Tickets. Was für eine schöne Frisur. Mädels, geht durch. Viel Spaß. Unsere Zeit wird noch besser werden, weil ich eine Cola-Dose in meinem Haar versteckt habe. Hm, wie erfrischend. Hi, dein Ticket bitte. Was ist das für ein schöner Klang? Hörst du das auch? Was? Hey, lass uns versuchen, mit dem Essen reinzukommen. Hier ist die Sängerin. Eine schöne Meerjungfrau. Der Security ist hin und weg. Oh, sie ist wie eine Meeresversion von Lana Del Rey. Er sieht uns nicht. Kommt, lass uns gehen. Sie haben es geschafft. Ja, bei, Kumpel. Verschwinde. Danke, Meerjungfrau. Du hast uns echt geholfen. Jenna geht nirgendwo ohne Speck hin. Sie versteckt ihn heimlich auf ihrer Mütze. Kann ich dein Ticket sehen? Oh, was ist das für ein Fleischgeruch? Ein neues Parfüm? Riecht super. Geh durch. Es ist so heiß. Ich werde ganz müde. Jenna hat den Speck auf ihrer Mütze völlig vergessen. Was ist das für ein Geruch? Mein Speck. Er wurde in der Sonne gebraten. Hm, knuspriger Speck. Geh durch. Willkommen. Viel Spaß. Oh, der Service ist großartig. Da ist deine Bestellung für den Kunden am Pool. Möchtest du mal probieren? Hm, schmeckt super. Geh durch. Du verdienst ein gutes Trinkgeld. Hi Alice. Wir sind unsere Getränke. Diese Schürze hilft mir immer. Sorry Leute. Ich kann euch nicht mitessen in diesem Wasserpark lassen. Ihr könnt hier nicht euer eigenes Essen mitnehmen. Was sollen wir machen? Ich kenne ein Modetrick, Leute. Ich trage ein Glitz, sondern ein Bikini. Der blendet. Oh, es blendet total. Ich sehe gar nichts mehr. Los, rennt. Diese Mädchen haben bestimmt was vor. Sie haben einen speziellen Wasserpark-Frisbee vorbereitet. Hier ist mein Ticket. Danke. Jenna ist schon mal drin. Los, wirf Alice. Gefangen. Jetzt ist Alice dran. Ohne Essen kommt sie leicht rein. Wir haben es geschafft. Wir haben meine Pizza in einem Frisbee versteckt. Und wir haben dazu noch einen Teller. Vorsicht Security. Dieses Mal habe ich mich vorbereitet. Hier ist mein Ticket. Geh durch. Es hat geklappt. Wer ist der Gewinner? Ich bin der Gewinner. Anders System ist sehr einfach. Er trägt zwei Paar Shorts. Er versteckt Snacks unter einem Paar. Ich bin ein Genie. Willst du deine Cola nicht lieber liegen lassen? Warte. Ich kenne ein Lifehack. Ich gieß Cola in meine Wasserpistole. Wow. Nicht schlecht. Jetzt werden wir nicht mehr verdursten. Eure Tickets bitte. Was ist das? Oh. Was für eine gefährliche Wasserpistole. Ich werde sie mal testen. Au. Toller Schuss. Nein. Meine Cola. Ich werde sie fangen. Was? Das ist Cola? Oh Mann. Ich behalte die Wasserpistole. Das ist Vorschrift. Mädels. Ich kann euch nicht mit Essen reinlassen. Aber Arnold, der Fischer, beschloss den Security zu fangen. Ich werfe den Köder. Komm schon, Security. Beiß an. Ein Gummivurm. Mh, lecker. Komm her. Der Security ist drauf reingefallen. Lauf, Mädels. Wartet. Ich kann euch nicht mit Essen in den Wasserpark lassen. Sorry, ihr kommt nicht rein. Echt? Schön. Dann werden wir uns was anderes einfallen lassen. Wir werden einen Tunnel graben. Nichts kann uns aufhalten. Wir brauchen unsere Schippen. Komm, Jenna. Sieht so aus, als hätten wir in die falsche Richtung gegraben. Lass uns weitergraben. Oh, wieder falsch. Wir hätten auf die Untergrundkarte schauen sollen. Oh, wir sind fast da. Lass uns weitergraben. Es hat geklappt. Oh, nein. Wir sind wieder am Eingang. Mist. Warum haben wir so viel Pech? Kann ich eure Tickets sehen? Was habt ihr da? Taschentücher? Es ist so schrecklich. Ihr Freund hat sie abserviert. Sie kann einen ganzen Fluss heuen. Ja, es hat geklappt. Unsere Taschentuchbox hat nicht nur Tücher drin, sondern auch leckeres Fladenbrot. Hm, jetzt weine ich bestimmt nicht mehr. Hier kommt die verspielte Catwoman mit ihrem Ball. Warte mal. Was ist das? Mein Katzenstressabbauer. Gib ihn zurück. Dreh dich einmal. Alles klar. Gut. Du kannst durch. Und hier ist mein Ball. Da ist Schokolade drin. Willst du mal probieren? Miau. Das ist so lecker. Heute ist ein wichtiger Tag für den Security. Er hat seine Schnurrbartform geändert. Und jetzt sieht er noch strenger aus. Warte mal, Black Widow. Du kannst nicht mit einer Waffe in den Wasserpark gehen. Versuch an mir vorbeizukommen. Das ist einfach. Leute, haltet sie auf. Black Widow kommt total einfach an den Security vorbei. Komm schon. Komm schon. Na los. Halt sie auf. Das war viel zu einfach. Nährst du nicht drauf? Das war's, Black Widow. Ich kümmere mich persönlich um dich. Jetzt wirst du die Kraft meines Konfus spüren. Ich hab den Pool nicht bemerkt. Viel Spaß beim Schwimmen. Oh, da ist ein hübsches Mädchen im Wasser. Aquamens Dreizack gibt ihm ein Zeichen. Ich muss jetzt sofort in den Wasserpark gehen. Ich kenne eine Abkürzung. Ich bin auf dem Weg. Hey, was soll das? Spinnst du? Lass mich in Ruhe, Delfin. Also sowas hab ich noch nie erlebt. Vielleicht ist das ja Aquaman. Spiderman will auch in den Wasserpark. Hey, Leute. Kein Essen in meinem Wasserpark. Das behalte ich. Oh, den Becher behalte ich auch. Ich liebe Limonade. Hey, was war das? Alarm! Hier bricht jemand die Regeln. Puh, endlich kann ich die Sonne genießen. Wow, wer ist das denn? Kann ich deine Nummer haben? Was ist das? Hey, was soll das? Oh, was für ein lustiger Faden. Mein Spinnennetz ist wieder da. Es ist toll, dass er aus Zuckerwatte besteht. Ich liebe Pommes. Ich werde sie im Wasserpark essen. Aber wo verstecke ich sie? Ah, in meiner Rüstung. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn? Wonder Woman. Ich verstecke die Pommes, während niemand schaut. Hallo. Bleib genau da stehen. Du kannst nicht mit Armfesseln rein. Du kannst nicht mit Armfesseln rein. Sie könnten den Pool einrosten. Nimm sie ab. Aber ich weiß nicht wie. Sie gehören zu meinem Outfit. Lass mich das machen. Ich habe einen Hammer. Es funktioniert nicht. Gut. Ein echter Security gibt niemals auf. Dann benutze ich halt das hier. Nein. Es klappt auch nicht. Oh, Götter. Was soll ich machen? Ich bin ein schrecklicher Security. Hey, sei nicht traurig. Willst du ein paar Pommes? Das heiter dich auf. Das versteckst du also da drin. Komm schon. Das Mittagessen war lecker. Und jetzt müssen wir wieder an die Arbeit gehen. Ich werde es mal mit einer Gartenschere versuchen. Es klappt auch nicht. Vielleicht könnten wir sie einfach abziehen. Bereit? Zieh. Ja. Wow. Ups. Super. Yes. Jetzt kannst du rein. Die Security 007 ist hier. Essen wird nicht an mir vorbeikommen. Dr. Strange, du kannst nicht mit deinem Amulett rein. Ich weiß. Deshalb werde ich die Zeit zurückspulen. Die Security 007 ist hier. Ich habe Hunger. Ich werde in ein Restaurant gehen. Oh, mein Lieblingsdessert. Ich könnte etwas Tee vertragen. Ups. Ich schätze, das war das falsche Portal. Oh, interessant. Hey, was soll das? Nimm das. Jetzt wirst du es dir zweimal überlegen, mich anzufassen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Warte, Captain America. Du kannst nicht mit deinem Schild rein. Das ist kein Schlachtfeld, sondern ein familienfreundlicher Wasserpark. Keine Schilder im Wasserpark, wenn ich im Dienst bin. Du musst es hier lassen. Schön. Halt so wild. Okay, alles klar. Kann ich rein? Ja. Der Security hat nicht nachgedacht. Captain America's Schild kommt immer zu ihm zurück. Und im Schild sind Würstchen drin. Lasst uns ein Barbecue veranstalten. Nicht genug Sonne. Hm, das hilft auch nicht. Ich brauche einen super Plan. Oh, Supergirl. Kannst du mir helfen? Kannst du die Würstchen mit deinen Augen brutzeln? Klar. Moment. Hey, was ist das? Mein Laser ist irgendwie kaputt. Ich muss mich konzentrieren. Hä, komisch. Kannst du mir helfen? Hm, halt meinen Umhang fest. Na bitte, geht doch. Supergirl, du hast mein Barbecue gerettet. Wonder Woman braucht einen Assistenten. Hey, Journalist. Kannst du mir helfen? Wir drehen einen genialen Clip. Superhelden-Nachrichten. Wir sind live auf Sendung. Erzähl uns von dem neuen Wasserpark für Superhelden. Ich bin der Security. Und niemand kann mit Essen in meinen Wasserpark reinkommen. Verstanden? Stopp! Ja, sicher. Hier, nimm das Mikrofon. Die Security ist abgelenkt. Sehr gut. Wonder Woman weiß, wie man eine Pizza verstecken kann. In ihrem Schild. Nehmt euch ein Stück, solange sie noch heiß ist. Superhelden versuchen die ganze Zeit, Essen zu verstecken. Und die Polizei hat mich rausgeschmissen. Siehst du, wie schwer es für mich ist, hier zu arbeiten? Alle Katzen lieben die Sonne. Und hassen Wasser. Oh, Igitt. Es ist so nass. Gut, dass ich einen Regenmantel und Schuhüberzieher dabei habe. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, nass zu werden. Das denkst aber auch nur du. Nein! Ein Tsunami! So behandelt man keine Katzen. Ich habe genug. Ich gehe. Bruce Banner will die Rutsche runterrutschen. Aber er hat nicht die richtige Größe. Ich muss größer werden. Ich hätte einen Hut aufsetzen sollen. Was soll ich machen? Ich muss Heik rufen. Jetzt bin ich groß genug für diese Rutsche.